Ähm, well, in it. Timmus und Torchstorx. Hölle Kombination. Geh mit dem einen, mit dem anderen. Als wenn der halt ein Gegner wäre, könnte ich die nutzen, aber... Ähm, ich glaube ich spring mal nochmal zurück. Die Schlifftrolle zerbersten. Grässliches Gelächter. Toradruhegar? Ist das ein Druhegar? Oh, scheiße. Warum bist du eigentlich noch da drüben? Was war denn das jetzt? Hat er keinen Bock mehr auf mich gekickt oder was? Die streiten nur den ganzen... Oh, scheiße. Oh, shit, da ist eine ganze... Uh, die sind alle nicht so geil. Oh, und die... Die Sporen, die verseuchen einen, ne? Ich bin mir grad nicht sicher, ob ich hier sein sollte. Wir könnten eigentlich trotzdem was scheiß an für meinen Kampf starten, oder? Äh, äh, F5. Oh, nur 8 ist halt gar nichts. Warte, was? Die Sprecher schwebt. Du hast Angst, und du wirst es bezahlen. Warte, was? Oh! Wer denkt auch, dass die böse sind? Äh, gut sind? Oder halt normal? Dass die überhaupt reden können? Sagen wir mal so. Aber die infizieren doch Leute. Das ist natürlich die Frage, wenn wir mit denen reden könnten. Das wäre natürlich auch geil, ne? Wenn wir uns mit denen anfreunden können. Wir Freunde von Pilzleuten, wir euch nur auf Pizza legen, ey, was? Ne, ich mag eigentlich nicht mehr Pilze auf Pizza. Ich mag Pilze allgemein nicht. Wir müssen ja nicht auf Level 5 aufsteigen, weil ich nämlich... Weiß, dass wir auf Level 5 2 Angriffe machen können. Was? 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 Die anderen? Rassi und Kamandor. Oh, ist das der von vorhin geriecht? Ich bin Soverein. Du siehst eine Vision. Verstehen, anstreben, Motiv erkennen. Meine Absichten sind vertraulich, lass uns durch. Meine Heimat, ich brauche nicht eure Erlaubnis, um es zu passieren. Ja, das sind alles richtig geile. Ja, Parasiten konzentrieren, Verbindung mit dem König aufnehmen. Ah, das sind wieder Stellen, wo ich dann am liebsten mehrfach laden würde, um zu sehen, was passiert. Ich bin auf der Reise und suche das Abenteuer. Verstehen, anstreben, dich auf das Lied des Königs konzentrieren. Fünf nur. Du hast einen bestimmten Quiver in jeder Note. Diese Kreaturen haben eine recentere Tragedie erlebt. Ich werde euch töten. Ich spüre, aber ich furchte, ich bin hier, um euch zu helfen. Fungal roots weave through your mind, seeking your true intent. Then the Sovereign drone's a new melody. Cautious, but welcoming. Descend to me. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The Sovereign expects you. Voll der LED-Pilz, alter. Schwarze Grotte. Kann ich mit dir nennen? Ruhiger Sporendiener. Tote Mie. Ach, ich kann ihn nicht ausräumen, Schweinerei. Oh, aber da ist ein Teleporter. Ich kann nicht mal die Pilze abernten. Was soll denn der Scheiß? Ich glaube, du bildest dir zu viel ein, König. Was ist der König? Souverän. Was wird das so geschrieben? Die haben auf jeden Fall hier angegriffen, scheinbar. 20 Erfahrungen erhalten. Also, die haben hier ganzes La... Warte mal, was ist das für einer? Das ist ein Normaler. Der ist Beinheim, Händler. Rot, äh, Rothe, Rothekuh. Ich denke, es muss genug sein, um die Renten zu verhindern. Ein Zunge hier hat keine Macht. Könnt ihr mir überschreiben? Gold, blue tunic. Dummerzistik. Dummerzistik. Ich habe ihn nicht gesehen. Right. Never mind. Okay, wo steht er zu ihm? Mit Hilfe bei der Suche? Schau dich selbst aus. Aber nicht komm, Begging für Coins, wenn du ihn findest. Du versuchst, ihn zu mir zu holen. Du findest dich selbst schraubt und mit einem fassen alten Laut. Zeigt mir eure Wahl. Wow. Du scheiße Schuppenpanzer, mittlere Rüstungsklasse. Was hat sie gerade? Oh, auch 15. Stimmt, ist ja das Drohding, ne? Ne, der hat ein Gineack. Alter, der hat jetzt schon 15? Du erleidest ein weniger Hiebschaden. Nachteil bei Heimlichkeitswürfen. Ja, das Ding glitzert auch wie so. Alter, was ist das da? Korrosiver, Flegel. Waffenverzauber, Behalligkeit. Scheitert einer, dein Angriff birgst du dennoch einen Wuchtschaden. Drei bis zehn, zwei bis neun. Uh, den hätte ich gerne. Oh, sechs, zwei. Alter, warte, wir haben 2700, fällt mir gerade ein, ne? Deine Waffenangriffe bewirken zusätzlich zwei Säureschaden. Springe, Verwandlungszauber des ersten Grades. Kann ich nicht auch so springen? Handarmbrust, drei bis acht Schaden. Waffenverzauberung plus eins. Eins, eins, D6 plus zwei Stichschaden. Ja, aber das ist meine Armbrust eigentlich... Ja. Leichte Armbrust, drei bis zehn. Ja, die will ich haben. Für 80, Alter. Da bin ich dabei. Was ist mit den Handschuhen? Dornenhagel, Beschwörungszauber des ersten Grades. Dornenhagel, ja. Wenn der Träger eine vergiftete Kreatur heilt, ist sie nicht mehr vergiftet. Was? Deine Waffenangriffe bewirken zusätzlich zwei Säureschaden. Das kostet auch bloß 80. Was ist das für Zeug? Heilendes Wort, massenheilende Worte. Oh, das ist geil. Hau raus, die Kacke, Alter. Leichte Rüstung. Du hältst einen Bonus-Bund plus eins auf Heimlichkeit. Vorteil bei Rettungswürfen. Plus eins auf Heimlichkeit. Mittlere. Leichte Rüstung. Du überleihst ein weniger Wuchtschaden. Schwer. Schwer. Achso, nee, nee, nee. Passt schon, dann lassen wir das so. Ah, okay. Wobei mir eigentlich auch einen Haufen Scheiß sein, was wir weggeben können. Ja, aber ich kann jetzt die Charaktere nicht wechseln. Ah, warte mal. Geschmackvolle Stiefelkanz der Hobel. Das den Goldhalskette, die Flöte brauche ich auch nicht. Kultistenmal. Pfeil des Eisens. Äh, erstmal das tauschen. Wechsel mal auf sie. Was wollte ich mit ihr jetzt? 6,20. Korrosive Pflegel. Den will ich schon irgendwie haben. Irgendwas Springen kann sie behalten. Die Rüstung kann sie eigentlich auch behalten. Allerdings weniger Hiebschaden. Passt schon. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Langbogen. Trank der Unsichtbarkeit. Färbemittel. Was waren jetzt da? Rüstung. Die hatte 13er, ne? Untote, die den Träger angreifen und treffen mit Leiden 1 bis 6 Geißelschaden. Umarmung des Eichenvaters. Umarmung des Eichenvaters. Warte mal, jetzt ist eh Mitleiderrüstung. Schwer. Mittel. Mittel. Da ist ein weniger Hiebschaden. Ne, das lassen wir glaube ich dann so. Na passt ja. Dann will ich eigentlich bloß noch das da haben. Kettenhemd kannst du auch haben. Den Helm kannst du auch haben. Den Axt kannst du auch haben. Oh, die Schädel kannst du haben beide. Knochen kannst du haben. Schöpfkelle. Lumps Kriegshorn. Brauchen wir ja auch nicht. Ich meine, die Typen gibt es nicht mehr. Xeande. Gale kann das verschlingen. Dann passt schon. Kriegsschild der Absoluten. Plus 2. Schild, Schild. Stiefel des Schreitens. Schriftrolle wiederbeleben. Angelaufenes Medaillon. Reine für Zobaldurz. Göttlicher Leitfaden. Ach du Scheiße. Was hatten sie alles? Metallschild. Das behalten wir. Ringpanzerrüstern. Oh, der Laude kann sie am Spieluhr. Silberteller. Silberteller. Wie wäre es mit gegrillten Zwergenrippchen? Breiter als ein Schwein, aber kürzer. Was ist das für eine Beschreibung, Alter? Breiter als ein Schwein, aber kürzer. Sehr schön. Was hat er alles da? Ach du Scheiße. Die polsterte Rüstung. Ach, das ist seine gewesen. Die behalten wir mal. Rapier. Schwere Ambrust. Goblinbogen. Der kann eigentlich auch weg. Gegengift. Trank des mächtigen Heilung. Im Finale ist das Eisen. Kann man das nicht stacken? Ne. Okay. Ehm, tauschen. Okay. Welchen Verhältnis stehst du? Okay, ähm, Typ. Haben wir für ihn eigentlich irgendwas gekauft? Ja, die Armbrust, ne? Das kann ich nicht nutzen. Wasserfunkler. Ne, das brauche ich nicht. Das war das mit Heilen. Wem gebe ich denn das? Wie lecker. Wie lecker. Ihm? Aber er hat das da. Die Lunes träume. Ist ihr König das gegen? Was war das da? Tierfreundschaft. Ätzender Ring. Den will ich haben. Ja, bleib mal locker, Mann. Feldrüstung, 14. Mittel. Glaubensbrecher. Das ist auch geil. Metallschild. Gehen wir mal ihr. Sie ist die einzige mit dem Schild. So, sie bekommen den neuen Knüppel. Und. Zwei. Zwei. Aber das hat halt noch Heldenmut. Wenn der Anwender das mal mal der absoluten trägt, da hält er einen Bonus plus 1 auf Rettungswürfe. Macht das eigentlich irgendeinen Unterschied? Also, dass das halt geiler ausschaut, das Metallschild. Also, ja, schon. Das hat er Verzauberung, ne? Weil ich meine es halt so allgemein. Schwer aus Schmiedestahl. Hände des Niederstreckens. Umgang mit mittlerer Rüstung. Zweihandachst. Dolch. Fünf bis acht. Fünf bis zehn. Den hat er gerade. Okay, passt. Hä? So. Und was habe ich jetzt gemacht? Helm ausblenden, ja. Da gibt es jetzt die Axt. Fünf bis sechzehn. Sechs bis sechzehn. Waffenverzeugung plus eins. Ne, passt schon. Okay. Noch mal weiter. Hat jetzt ein bisschen gedauert. All das ist das. Haken schreckens Sporendiener. Haken schreckens Sporendiener. Woher sind Sie? Und was ist das? Und was ist das? Eine Astral-Zier-Telefon. um 2 not off it reveals its own home and reply a humid cove filled with decaying myconid corpses where God is destroyed my people i am a sovereign with no circle i do not belong here i am not welcomed here tja läuft bei dir los das von einer weile von mit zubran denken das sind nortblons richter strahlen breath deep and move ja dann gehen wir mal zu den ihren cheffen auf war das der da? musiker und ist schon der toller der duegar der duegar über gifte erinnern scheiße 18 sehr gut wie die dwarven doegar hat innere resistenzen zum poesen und daß keine need für intrikte zuverlässig obwohl zuverlässig ist der poesen kann durch die antedote oder naturale hier ein gegendiff geben so schnell wirken gegen gifte nicht nur so zur info ah gods whatever that is i needed it why are you helping me you're a drow helfen nicht doch ich will eure schmerzen verlängern durch meine hand wie könnte ich nicht ihr hattet schmerzen no arguments there felt like a hook horror was sorted through my guts but that cure did the trick quick sharp too i thank you for your help but i gotta get moving er tut garland i don't have time for this my king need me ganz rundig was kan legislators keith i need you to rescue my kin not charity mind we can pay we're iron hann plan best artifices in bolder's gates Wir waren hier auf einer Expedition, als die Dwergar uns aufgeladen. Ich bin weg, aber nicht die anderen. Die Greys haben sie ausgedrückt aus dem Meer. Nur meine für Materialien. Nichts ungewöhnlich. Aber unser Arbeit betrifft gut. Hilf meinen Clan, und wir machen es für Ihr Zeit. Ich schwöre. Danke. Danke. Ich wünsche nur, dass ich mit dir gehen kann. Aber hier. Ich habe diese Brüder aus den Greys, als ich bin. Ich fühle mich besser, wenn du sie benutzt, um ein Dwergar zu machen. Ich will marken, wo ich meinen Weg gemacht habe. Und... ...warte hier, ich glaube. Nicht viel choice, eh? Ich bin weg. Aber nicht schnell genug. Wie gesagt. Schau mich. Okay. Heile den vergifteten Gnome. Da hinten. Finde den Pilzsammler. Gnome aus der Dingster. Also man findet jetzt hier... ...kein Hinweis dazu, wo das Nachtglied sein könnte, ne? Ja. 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 Ich will mich pelvis. Ja. Ja. Ein bisschen brutal. Äh klar, ich kann dieses Duerga erledigen, was in der Hülle habt ihr mir den Leichen gemacht? Dann haben die Duerga angegriffen Wie versteckt ein Gnom auf der Flucht? Sehr lobenswert Äh, was in allen Höllen habt ihr mir den Leichen gemacht? Äh klar, ich kann dieses Duerga erledigen Oh ne Sporenbombe oder was? Warte, der hatte wirklich was in der Hand? Was in allen Höllen habt ihr mir den Leichen gemacht? We breathe life into our enemies flesh Ah The dead make a fine host for my growing children If I die down here, destroy my corpse Der möchte, wie kann ich mir dieses Wissen aneignen? Flasche mit Sporen, der hast Kann ich das werfen Warte mal, ist hier alles bekommen, ne? Die Sporen, tausendweise Sporen, spüren nach Freiheit, Gieren gegen das Glas Ich habe einen langen Weg dahin Nicht machen, böse Ein weiterer Schritt nach vorne Was ist der, ein scheiß Zombie? Da ist der andere Diese ganzen scheiß Fäden, was es immer gibt in den ganzen Spielen Weiß, wenn diese Arschlöcher alle immer zusammenarbeiten würden, ey, dann Dann wird die Welt ein schönerer Ort, aber ne, jeder geht sich immer gegenseitig an die scheiß Gurgel Aber dann hätten wir hier auch kein Spiel zum Spielen, also Alles wird in Ordnung 28 Energie, das geht eigentlich Langbohrung Wimmelpilz Weiß nicht, wie haben die mit dem Zeug überhaupt geschafft, dass die Heruntergekommenes Dorf Deswegen heißt verlassenes Dorf, alter Nur so als Info Hingerichteter Tiefengnome Boah, kurz weil das erst ein Blut ist Der leckt mich fett, ey Der hat einen geilen Scheiß dabei, alter Warum hast du nichts Scheiß dabei? Was ist denn das für ein Käse? Tss Verdammte Gnome Leuchtender Edelstein, kann ich die einfach zerlegen? Polo-Pul-Pul Fluoridsplitte Pulpo und Fluoridsplitte Ok Also mit STRG kann man einfach zuhauen. Was war denn das jetzt? Ist voll der Saum? Alter Scheiße, das geht ja Kilometer weit, was ist hier los? Ich wollte hier nur dieses Nachtding holen. Niemand hat was von irgendwelchen Pilzmonstern gesagt, die reden können. Toter Trug, warum ist hier auch ein Toter? Sind die bis hierher? Wobei ich ja gerade viel mehr interessiert bin, ob dieses Arschlagmonster wieder auftauchen. Toter Myokonide, ja. Ah ok, die waren auch hier mit dem Kämpfen. Ah, da ist der andere Eingang. Deswegen. Ein tiefes Loch? Weichert. Lauschend in das Loch stammen. Ich kann nicht anders. Fuck, ich kann nicht anders. Ja, das komische Vieh ist da drin Alter, das ist ein Baum Holy shit Biberbang, Waffenverzauberung Oh Alter, das ist halt ein ganzes Feld mit dem Zeug Geht das auch mal weg? Susurblüte Äh Ja Kann man das entzünden? Oh ja Cool Der hat ja überall diese Blüten, ne? Antimagisches Susurfeld Alter, ich bin grad nicht in... Ich bin grad nicht überzeugt, dass diese Baum mich nicht versucht anzugreifen oder so Diese Sensation Diese Flowers are absorbing all the magic in the air Da haben wir uns ein Verständnis, das ist ein Duft, das ist mein Sonnenlicht aus Die Gestange verschwindet dann völlig Alter, was ist denn das? Oh scheiße Komm, wir gehen jetzt da runter, ich will wissen, was da unten ist Verdammt Da ist der eine Was haben wir explodiert immer, wenn die in die Nähe kommen? Stopp, stopp Bibbobang Er ist in Ordnung von Bibbobang Die Sporen dieser Muschirchen sind beide toxisch und flammbar Äh Wie ist er, hat er gewaltig in der Zweckmühle gelandet? Ich weiß das An den Schriftrollen des Nebelschritts hochhalten Ja, das ist... Ja Die Schriftrolle zuwerfen Ja Oh ja, minus eins Ah Oh I'm fine I just have to And then Here God I can finally breathe Ah Right Was macht ihr da unten? I was looking for... Tell it She's... She'll be worried sick I must... Need to go For you Your trouble Ta Oh Gott Alter Geh da nicht hin Schattenlerz Bist du bescheuert So, jetzt machen wir ein riesen Feuerwerk hier Geil Ach du scheiße Hahahaha 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 Ähm... Oh Ah, da ist die Schnifftrolle mit Nebelschnitt. Oh, da kriegen wir sogar zwei dafür. Das ist Kyrion. Sprich! Ist das ein Dunkelelfen-Ding gewesen? Meine Kerzen, sind die eigentlich was wert? Wenn man rausfinde, wo die sind. Ah, die sind in den Alchemie-Sack gelandet, ne? Ich dachte, keine Ahnung, weiter geht's. Auch sonst ist da nix. Das heißt, einer unserer einzigen Wege ist jetzt Richtung vor dem anderen Viech. Ich weiß nicht, ob wir diese Susur-Blüten angreifen sollten. Alles ist da hinten passiert. Also speichern, den anderen haben wir ja gerettet. Die Schallschutz-Blüten angreifen sollen. Die Schallschutz-Blüten angreifen. Das ist das Schallschutz-Blüten-Güten. Das ist das Schallschutz-Blüten. komm rauf mein freund geschenkelschuss ähm oh oh zwei, eine, eine ja gut ich bin fury, ich bin tot ist so ein nachteil ach ne, entwaffnen geht ja nicht, warte mal provozierender fernkampf kann der spucken? ne oh shit um focus ich bin füri, ich bin Okay, er setzt Spurten ein. Das ist schon mal gut, weil dann kommt er bloß bis zu mir. Ähm. Ah, die kommen ja beide bis zu hoch. Oh, das könnte übel werden. Viel oder Vergessene? Was hast denn du für ein Scheißproblem jetzt? Was hast du für ein Scheißproblem? Was hast du für ein Scheißproblem? Ah, fuck. Aber warte mal. Danke. Bisschen am Monster lutschen geht immer. Ne, warte mal. Finte. Warte mal, ist da noch eins? Okay. Ach stimmt, die Waffe gibt es auch noch. Fuck. Hääääh. Warum triffst du bei ihm? Boah. Okay. Können vielleicht eher heilen sollen Scheiße Zu schwer zum stoßen scheiße Ah, sehr gut Okay, jetzt kommt der wieder Nein, was machst du? Warum bist du schon hier? Warum sind wir alle hypnotisiert? Außer die Waffe Die Waffe Oh, ich bin auch ziemlich im Eimer. Alter, du scheiß Nerfensäge jetzt, aber wenigstens sind die anderen jetzt wieder oben. Nicht genügend Ressourcen? Warum nicht? Let's finish this. Time to strike. Was ist denn da? Da ist auch nichts. Das ist die blöde... Ding halt so... Oh, zerfleischen kann das Ding. Sehr gut. Hör auf weg zu rennen, du feiger Mistkerl. Da heb ich ihn mal auf. Ich schüttere ihn da hin. Kopf, erschüttere ihn. Yes. Aber Rettungswurf ist gelungen scheinbar. Ja dann eben sowas. Ziebung nicht erreichbar? Okay, der kann erstmal eh nichts machen. Die Waffe kann auch nichts machen. Kommt er jetzt eigentlich weg? Warte, er kann durch mich einfach durchlaufen? Was ist denn das für ein Käse? Nicht genügend Bewegungsrate? Warum denn? Achso, der hat das Schwert an. Und tschüss. Ähm. Lass er das mal einfach liegen? Okay. Haken. Haken. Alter, das muss ich halt echt geschafft haben. Leck mich fett. Gekritzelnde Notiz. Schlichte Robe. Eiskristall. Lesen. Die sind chaotische Beschützer. Wächter der Adamant-Schmiede. Aus Magma entstanden. Durch Magma zerstört. Heiß. Hammer. Heiß. Hammer. Wo? Eine kleine Kartegezeichen auf der Meret X markiert zu sehen sind. Folgende Worte sind drunter gekritzelt. Duan weiß Bescheid. Ich hab halt keine Ahnung was eine Adamant-Schmiede ist, aber passt schon. Die Leute sind cought. Das wurde Annahmри Party gegangen. Das hat das Iss بن Bescheid. Die Leuteну...